Was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei GeorgCV. Ihr habt es am Titel schon gelesen. Es geht um die letzte Aufnahme von Queen Elisabeth. Queen Elisabeth II. ist gestern verstorben am 8. September 2022. Und sie gilt als längste Monarchin oder beziehungsweise längste amtierende Königin in der Geschichte. Jeder kannte sie. Alleine schon, dass man gesagt hat, Queen, wusste man schon, über wen man geredet hat. Queen Elisabeth ist auch sehr, sehr jung Königin geworden, weil ihr Vater mit 57 Jahren verstorben ist. Das heißt, in diesem jungen Alter hat sie so viel Verantwortung gehabt. Eine Königin von einem ganzen Land und hat einfach dem ganzen Land gedient, geholfen, geleitet. Und das ist extrem, extrem respektvoll zu behandeln. Noch vor zwei Tagen, Freunde, bevor sie verstorben ist, hat sie die Premierministerin angelobt. Es gab Fotos. Man sah die Königin. Ganz normal. Niemand hätte gedacht, dass diese Fotos die letzten Aufnahmen von der Königin seien. Die Premierministerin hieß Lise Truss. Und sie selbst hat dann auch nochmal kurz eine Rede gehalten nach dem Tod der Königin. Was lernt uns die ganze Geschichte, Freunde? Natürlich, jeder wird diese Welt verlassen. Jeder wird sterben. Wir haben keinen anderen Ausweg. Die Königin wird in den Sarg gelegt und begraben werden, ohne irgendeinen Besitz von ihr. Das Schloss wird da sein. Ihr Geld wird da sein. Alles wird da sein. Sogar die Währung, wo sie drauf ist, wird verändert und König Charles wird abgebildet sein, weil das in England üblich ist, dass der Monarch bzw. der König auf der Währung drauf ist. Also hören wir auf, auf dieser Begierde dieser Welt hinterher zu laufen. Vergesst Ruhm, Geld, Schuhe, was mittlerweile so beliebt ist. Und achten wir auf andere Sachen auf dieser Welt, Freunde. Lass uns menschlich sein, Freunde. Und vergesst diese ganzen Begierden auf dieser Welt. Das hat keinen Sinn. Ich bin ganz ehrlich zu euch, Freunde. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn es der Fall ist, dann lasst einen heftigen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Mich würde es extrem freuen. Bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde. Und Peace out. Bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde.